So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt in einem neuen Part, wie ich gerade festgestellt habe. Denn, wie ich im letzten Part ja gesagt habe, entweder wird es neuer oder nicht. Und es ist neuer. Gerade habe ich wunderbar Pizza gemacht. Ja, so eine Pizza habt ihr noch nie gegessen. Denn in meiner war Anis, Kardamom und noch so einige Sachen drin, die nicht in eine Pizza reingehören. Und das habe ich nachher nämlich feststellen müssen, als ich die Pizza bereits belegt hatte und so. Ich habe die Tomatensauce gewürzt, ganz lecker gewürzt. Und ja, da war so eine Fünf-Kräuter-Mischung bei. Und da habe ich... Quatsch, Kräuter, nein. Fünf-Gewürz-Mischung war dabei, ne? Da habe ich mir gedacht, nimm sie mal, hau sie das da drauf. Und was war es? Ja, nachher habe ich gelesen, auf der Verpackung, dass da Anis, Kardamom und sowas drin ist. Und das ist eigentlich eher Gewürz für asiatische Sachen. Naja, das war auf der Zwiebel-Thunfisch-Bizza jetzt ein bisschen komisch. Aber sie hat trotzdem noch geschmeckt. Egal, willkommen zurück beim Spiel. Ja. Ja, die grünen, die grüne Augen sind toll. So, wir sind jetzt hier wieder. Und hier sind grüne Krötze, die uns... Hör auf. Das ist nicht nett. Ja, geil. Näää. Fatscher Knopf. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, muss ich nochmal neu laden. Die Schildkröte bewiesen. Es hat Vorteile, reptil zu sein. Ja, wunderbar. Und damit ich hier so wieder... ...etwas hab... Hier, gespeichert und so, ne? Hier. Ne? Ciao! Moment, kann ich da eigentlich... ...im Teleport... ...ja, das geht. Und solange ich noch drinstehe, komme ich auch wieder zurück. Aber wenn ich raus bin, geht's nicht mehr. Alles klar. So. Hier sind... ...ein paar Gegner, die jetzt nämlich nerven können. Ah. Und da ich auch nachschauen muss, ob... ...da... 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 ...ja... ...ja... ...jetzt geht's auf jeden Fall darum, ins eigentliche Schloss zu kommen. What the... Ich wollte schon sagen, da drin sind die Viecher wieder. Oh mein Gott, man kann die hier in der grünen Pampa so schlecht sehen, aber... ...ah ja... ...bleh... ...toll. Hier. Mann! Hier, komm! Wo bist du jetzt? Ich... ...fickt euch! Mensch! Ich glaube, das geht hier nachher irgendwie auf oder so. Keine Ahnung, das... ...häh. Na, mach halt gleich schon halt im Nahkampf alle. So. Das hat auf jeden Fall etwas für sich gehabt. Jetzt hab ich wieder... ...mehr Leben. Und ich sollte eigentlich nicht unter Wasser... ...so was. Aber egal. Unter Wasser zu saven, wir müssen nicht gerade so gut. Egal, hier gibt's jetzt anscheinend gerade nichts. Deshalb gehen wir weiter. Und kümmern uns um die Nächsten. Und stirb! Und stirb! Bist du der Einzige? Hm, ne, da hinten sind noch welche. Falls ihr die gesehen habt. Reicht das Messer so lang? So weit? Ach, was mach ich denn? Ich bin ja ein Held. Kacke. Na? So, du bist tot. Alles Paletti. Aha, jetzt kommt der auch noch. Was? Alles klar. Was auch immer das jetzt gerade war. Ich versteh nie... Wow. Hallo. Hallo. Ich versteh nicht, warum ich hier gerade so hoch in die Luft geflogen bin. Und gerade rede ich wieder mal zu wenig. Und ich bin zu langsam, zu langsam. Yay. So, dann gehen wir nochmal einfach hier hoch. Speichern mal nach der ganzen Misere. Oder was auch immer. Und ich denke mal jetzt mit der Aufnahme, wenn jetzt nichts noch weiter dazu kommt, gegen wie durch das Level, nein, werden wir das Level jetzt eigentlich, das Level, das Spiel, eigentlich auch beenden können mit der Aufnahme-Session, die ich hier jetzt am Laufen habe. Am Laufen? Ah, das hört sich wieder mal komisch an. Wo kommt ihr her? Alles klar. Kommt, ihr kriegt aufs Maul. Hm. Sind aber zu viele. Tü-tü-tü-tü. So, und jetzt... Ah. Boah, ich sehe Gewicht. Ah. Da können wir durch. Sehr schön. Und jetzt bräuchten wir langsam Luft. Luft. Ich warte jetzt erstmal etwas, weil wenn ich hier jetzt einen Save-Point mache, will ich natürlich auch, dass wir das überleben. Sieht gut aus, ne? So, gut. Dann sind wir hier safe. Haben noch die Hälfte der Leben. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und plopp, wir sind draußen. Yay. Wo sind wir jetzt? Okay. Springen wir mal hier rüber. Springen wir mal hier drauf. Ob wir damit jetzt ins eigentliche Schloss kommen? Ich meine, wo sind wir jetzt eigentlich? So, speichern. Wir sind... Unter Wasser heißt das. Gut. Yay. Wie weit steigt das Wasser? Jetzt ist das da hinten aufgegangen. Da komme ich nur noch nicht hoch. Ach, fuck. Dann sind die Fischis wieder da. Keinen Bock. Tschüss, Sikowski. Wo ist mein Reptilien... Schildkröten... Äh, Schildkröten... Panzer... Wie dinkse? Gag, 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 gag. Keine Ahnung, wo das... Der Schild ist, aber... Wir machen einfach weiter. Ich glaube, das ist jetzt... Äh, das... Ah, sterben wir da? Ah, sterben wir da? Hehe, nice. Hab mich schon gewundert. Lululu. Not. 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 Gut. Danke. Und danke. So. Ach, da geht's hoch. Gut. Dann geht's nach oben. Dann... Easy. Dann geht's nach oben. Ich werde jetzt schon fast volle... Kar... Mit voll Karacho... Gegengedonnert. So. Die Kameraführung... Ist ein bisschen komisch, wenn man aus dem... Äh, Quatsch. Wenn man sich hier hochgezogen hat. Ja! Eine Frage. Wie soll man dann da ordentlich... Da hochkommen? Das war die falsche Seite. Auch gut. Habe ich einen guten Safe Point ausgesucht. Ah, sicher. Ah, ja. So, hier speichern wir. Mein Gott. Machen wir das so. Ist zwar etwas umständlich... Und ich frage mich, ob das da auch geht. Verdammt. Zum Glück gibt es Air Control. So. Mache ich hier meinen Safe Point? Ne. No. Nicht. Aua. Aua. Das tut schon weh genug. Aua. Energie! Energie! Wie, ich darf da jetzt nicht... Fuck! Na, komm. Zieh dich hoch. Ah, die braucht so lang. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Was? Doch! Ist das jetzt ein schlechter Witz? Festhalten tut sie sich an dem Tell auch nicht. Oh, Madame. Bitte, Madame. Mach! So. Ne? Hier, sicher und so. Na? Das ist doch... Ich glaube, ich glaube, ich habe mich jetzt echt ver... Nein, nein! Boah, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Wow! Boah! Und mir geht es so gut! Hier, habt ihr was zum Spielen? Wieso geht das nicht? Na, egal. Yes! Wir haben wieder den Shit... Boah! Boah! Was? Das macht keinen Sinn. Ich sollte... ... Stirbt. Vielen Dank. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Wow. Nö. Mein Leben ist mir lieb. Nö. Hier? Nein, da komm ich... Hä? I don't get the... Moment. Müssen wir hier vielleicht doch auf die andere Seite? Hm. Stimmt, hier war ein anderer Komplex. Ah! Ah, ich hab's in. Ich hab's in.